23 gute Gründe, warum Bierfrauen vorzuziehen ist 1. Du kannst Bier das ganze Monat genießen 2. Bier wartet geduldig zu Hause, wenn du Tennis spielst 3. Du musst mit Bier nicht Abendessen gehen 4. Wenn Bierfahrt schmeckt, lässt du es stehen 5. Für Bier ist es nie zu spät 6. Bier ist nicht auf anders Biereifersüchtig 7. Bier ist nie spät dran 8. Die Folgen von zu viel Bier vergehen rasch 9. Bier macht keinen Knutschfleck 10. Bier will nicht geheiratet werden 11. Bier bekommst du problemlos in jeder Bar 12. Bier hat keine Migräne 13. Bier musst du nachher nicht heimbringen 14. Bier erregt sich nicht, wenn du ein zweites Bier heimbringst 15. Du kannst mit gutem Gewissen mehrere Biere nehmen 16. Bier geht ohne Widerspruch hinunter 17. Bier verlangt keine Gleichberechtigung 18. Du kannst Bier in der Öffentlichkeit nehmen 19. Bier kümmert sich nicht wann du kommst 20. Bier kannst du mit Freunden teilen 21. Du bist sicher immer der Erste, der ein Bier öffnet 22. Wenn du die Biere wechselst, zahlst du keine Alimente 23. Bier ist immer feucht 20. Bier ist immer mehr